Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Wir haben jetzt gerade fleißig Gras gesammelt und im Grunde bringen wir erstmal kurz jetzt das Essen zu Nacy. Bevor wir dann mal hochgehen in den Half-Hunals-Bossen und dort die ganzen Quests noch mit annehmen und sowas. Wir gucken erstmal, dass wir so viele Laufquests wie möglich machen, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwelche tausenden von Items zu sammeln bei den Mobs. So dass wir dann möglichst viele Quests auch auf einen Schlag einfach hier erledigen können mit den gleichen Mobs. Denn dass es hier nicht so viele unterschiedliche Mobs gibt, das kann man ja schon mal eher ahnen. Und wenn wir gewisse Mobs für mehrere festkloppen können, schlagen wir natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Aha, Nacy ist aufgestanden. Na los, schneller! Uh, das ist perfekt. That's what she said. Gemeinsame Reise. Tausend Dank, habe ich mich schon vorgestellt. Ich bin Nacy. Ich komme gerade aus dem Wirtshaus zum Schnapsbender, wo ich Geschäfte für meinen Bruder erlegt habe. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Rückweg so werden würde. Ich will zum Half-Hunals-Bossen. Könnt ihr mich begleiten, falls ihr auch dort vorbei bist? Allein zur Reise ist so langweilig, wenn man niemanden zum Reden hat. Ich weiß, ich erzähle euch alles über dieses Gebiet und die Orte, die ihr besser umgeht. So entschädige ich euch für eure Güte. Oh ja, habt ihr meinen großen Bruder gesehen? Er ist Shamar. Er ist eine wirklich wichtige Persönlichkeit im Half-Hunals-Bosten. Ich kann euch ein Empfehlungsschreiben aufsetzen. Ich schreibe euch, dass ihr mir geholfen habt. Dann tut er vielleicht auch etwas für euch. Na, was meint ihr? Nicht übel. Dann los, geleitet Nacy zum Half-Hunals-Bosten. Okay, wir folgen hier. Ich brauche jetzt nichts zu machen. Ich habe einfach Autofollow eingestellt. Seht euch diesen Wald an. Das ist der Frostholz-Talwald. Dort gibt es eine Menge wilder Tiere. Da wären natürlich die Zyklopen und die Minotoren. So viele Monster. Ich habe gehört, dass sich im tiefsten Teil des Waldes ein Minotaurum-Dorf befindet. Viele Abenteuer haben sich dort nicht gewagt. Aber ich gehe nicht hinein, um als Abendessen eines Minotaurums zu enden. Haha. Ja. Also, Autofollow. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Ich kann ja mal noch verlangsamt so. Damit das nicht so ein komisches Krukel wird. Gehen wir hinterher. Und gucken wir uns ein bisschen die Umgebung an. Hieraus könnte man zwar schon einen schönen Screenshot machen. Und die Karawane zieht weiter. Der Sultan hat Durst. Lalala. Aber ich kann halt leider auch nicht vorlaufen. Ähm. Weil es sowieso nicht schwer wäre. Also von daher müssen wir hier einfach warten, bis sie angekommen ist, wo sie hin will. Und das kann noch ein bisschen dauern. Ich habe gehört, dass während die Bergstraße von Katzor vom Orden der Dunklen Glorie vor der Namensänderung angelegt wurde, der Adelige, der dafür bezahlte, hierbei einem Unfall des Lebens gekommen ist. Daher beschloss man, sie nach ihm zu benennen. Ähm. In Katzors Wachtturm, von wo wir aufgebrochen sind, gibt es sogar eine Gedenktafel zu seinen Ehren. Ach, tatsächlich? Ach, jetzt weiß ich auch. Dort oben diese Gedenktafel. Aha. Warum will man den I4O-Ring haben? Den I4O-Ring kann ich jetzt nicht verstehen. I4O-Ring war eine lange Zeit lang einer der besten M-Krit-Ringe. Ich lese natürlich mal wieder hier. Jetzt hat er den ganzen, ähm, Worldshed. Wisst ihr etwas über den Haferhandelsposten? Es gibt einen Gengen-Gegen-Witz darüber, dass er seinen Namen erhielt, als der Hauptmann von Haferhandelsposten herkam und sich nach der langen Reise übergeben musste. Man fing an, ihn Brechposten zu nennen. Aber um ihn nicht wütend zu machen, änderten sie den Namen zu Haaf. Haha, ist das nicht lustig? Jedenfalls ist der Haferhandelsposten ein interessantes Gebiet. Ursprünglich dachten wir, der Luftschiffhandel würde den Untergang für diesen kleinen Außenposten bedeuten. Aber dadurch kamen viele Abenteuer und Forscher hierher, die ihn sogar noch mehr aufblühen ließen. Ja, Luftschiffhandel, davon bekommt man zumindest hier auf den europäischen Server nicht viel mit. Soweit ich weiß, haben die auf den russischen Server, haben die, ähm, die Luftschiffe eingebaut. Also das kannst du dann halt auch, statt mit Sturbel, kannst du mit dem Luftschiff reisen. Und die Luftschiffreise, die siehst du dann auch. Dann setzt man sich halt so aufs Luftschiff und dann fliegt man da über die, ähm, Zonen. Hm, relativ schnell. Seht ihr sie? Die weiße Klippe. Der Haferhandelsposten. Ähm, liegt am Fuß der Klippe. Ich habe gehört, dass die Klippe vollständig mit Schnee bedeckt ist, weswegen man sie das Schneemeer nennt. Auf der Spitze befindet sich ein Riesenkrisket und in ihren Tiefen gibt es Feen und Königinnen aus Eis und Schnee. Ich habe dort einmal einige Vorräte abgeliefert, aber es ist wirklich kein Ort für Menschen. Na, und jetzt beginnt das übliche Weltshit-Geflame wieder. Äh, hab, wirst du erhalten, dass du betrügst? Ich hab, das kommt nur von meiner Gilde. Weil ich sie verlassen habe. Hm, ja, genau. Eine Gilde, ähm, macht auch jemanden. Ja, genau. Ich geh doch nicht, ähm... Nur weil ich eine Gilde liebe, bin ich auf einmal ein Betrüger und das ist ein bisschen sehr, 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 sehr seltsam. Huch, endlich sind wir hier. Ich muss es gehen und etwas tun. Findet schnell meinen Bruder. Okay, wir haben einen, ähm, Empfehlungsschreiben bekommen. Und hier sind noch massiv weitere Quests. Schlafen wir uns die doch mal dann alle. Hier können wir eine Quest abgeben. Reparaturen. Ich glaube, wir werden nur schon bald durch die ganzen Materialien für die Reparaturen, nur durch die ganzen Laufquests werden wir hier schon fast Stufe 32. Bin ich noch mal gespannt. Gucken wir noch mal kurz ins Postfach. Nein, seit gestern ist nichts dazu gekommen. Hätte mich auch gewundert. Gemeinsame Reise. Der gibt uns erst im nächsten Level eine Quest. Let it snow, let it snow, let it snow. Katzhoch, Rentier. Rentier, nicht Rentier. Ich muss mir das auch angewöhnen, also von daher. Ich habe es auch immer noch und immer Rentier genannt. Hm. Da merkt man auch gar nicht so drauf, wenn man nicht drauf achtet. Zeitkapsel und irgendwas wieder mit einer Blume. Gefrorene Blumen. Mhm. Da ist auch noch mal irgendwie eine Questabgabe hier im Haus, ne? Ja. So, da sind Kellnerin zum Hirtshaus zum Hirschkopf. Antwort an Sadea. Äh. So viele Quests. Vorhin gibt es auch noch irgendwie eine Quest, oder? Ja. Ja klar. Dort beim Bila Aido. Für das Österlabyrinth, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich will mal kurz gucken, ob das wirklich die Österlabyrinth-Quests sind. Wenn ja, dann lasse ich die ja unter jüdisch-antike ähm, statt. Die lasse ich erstmal auf in die Österlabyrinth-Quests. Aber dort vorne können wir noch eine Quest abgeben. Weil das Österlabyrinth jetzt hier nichts mit den Öster-Hochlanden zu tun hat, ne? So, hier vorne, da. Oben versteckt ist ein Schatten. Ja. Der Schatten im Haus. Was ist das da? Ach, das sind gefrorene Büsche. Mhm. Oh, ja, hier ist ja der Schatten. Schatten. Begraben. Okay, ist zurückgegangen. Zwei Quests sind wir noch unten. Ach du Scheiße, das ist ein Rumgelaufen. Aber es gibt ja gute Erfahrung, immerhin. Ja, aber jetzt gerade gehen wir erstmal hier. Dann einmal packen gefrorene Büsche. Äh, Büsche untersuchen, ne? Für die gefrorenen Blumen. Ich meine, da können auch Mobs rauskommen. Ich weiß, das ist aber gar nicht mehr sicher. Mhm. Als sie die Blume berührt, beginnen die Blütenwälder zu welken. Oh. Hier oben sind nur häufig. Wie viele Blumen brauchen wir denn? Zehn? Ach du verdammte Scheiße. Wie ist das mit dem Brief hier? Ah, da sind Saurokus. Das sind böse Blume. Wenn ihr die Blume berührt, springt aus der Knospe ein legendärer Hütergeist davor. Ja, genau. Ein legendärer Hütergeist. Aber warum mache ich denn jetzt hier oben? Das Moment mal. Heps. 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 So. Jetzt habe ich dieses komische Fraps-Aufnahmelogo wieder weg. Ähm, also die FPS-Zahl. Ich weiß nicht, wie sich da reingestichen hat. Zumindest konnte ich sie sehen und ich wollte die halt nicht sehen. Ach ja, genau. Die Arupus verlieren und die Blütenblätter. So war das. Also es ist gut, wenn die Mops erscheinen. 14 FPS, naja. Das ist aber in Rom keine Seltenheit. Also man man merkt es auch nicht wirklich, dass, also außer vielleicht zwischen immer ein paar Einbrüche merkt man eigentlich weniger, dass man nur mit wenig FPS spielt. Finde ich zumindest bei Rom. Es ist aber auch ziemlich schwer in Rom einen flüssigen FPS hinzukriegen. Da braucht man schon eine perfekte PC- Spielkonfiguration. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist einfach irgendwie so ganz seltsam bei Rom. Also dort gibt es nur wenig Grafikkarten, die auch wirklich perfekte FPS abliefern und so was. Und selbst dann ist es manchmal noch eine Glückssache. Fragt mich nicht, warum das alles so ist, wie es ist. Gose Player Teufelsking hat die Troja Fighters verlassen. Uns hat dann mein TS3-Channel Passwort geändert. Ja. Wieso gibt man auch die Rechte dazu, dass man so ein Passwort ändern lässt? Oh. Menschen. Das tut doch nur weh. Solche Sachen. Was ist aus Rom geworden? Denke ich mir da manchmal. Dass es nur noch so ein Spiel voller persönlicher Anfeindungen wird, wo eigentlich das Spiel in den Hintergrund rückt und man nur noch gegenseitig, naja, sich anfeindet. das ist in den letzten Jahren schon ein bisschen mehr geworden. Es war eine subjektive Beobachtung, keine objektive mehr, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das dem so ist. Na gut, die Blumen machen wir noch hier. Gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wünsche euch alles Gute, dass es euch gut gehen und tschau schon.